einsatzteam unterwegs nach King's Road ich halt's doch nicht so 20 Jahre nachdem wir den Krieg gewonnen hatten waren wir im gemeinsamen Leben in Frieden kein Stück mehr gekommen aber du kannst mal überspringen hier bitte hab ich das schon es wird drauf gehauen was das Check hält nix mit Cheat, nur mit Hammer oh lass mich mal mit Merz ecken bis viel Glück da draußen Drei Flugkaffeegeschirr sind in King's Road aufgestellt sie müssen unschädlich gemacht werden bevor wir die Fracht abwerfen können sie alle verfügen um eine mobile Drohne die nach Zonisi Flugabwetter auszuhängt ich würde das ja einmal gerne mit Blackwatch durchspielen ne also Genji ne das hier Overwatch ne Genji ähm Reaper und wir haben keinen Blackwatch Tank es gibt keinen Dosenkampf jetzt Widowmaker naja Widowmaker und Bastion wären das dann sollte nicht Bastion ich wollte gerade ich wollte auch gerade sagen aha da ist ja äh das Schweine oder was ne der ist ja auch nicht wirklich böse ne das ist auch so verrückt der ist einfach nur ein Stein ja der überfällt doch immer die Bank mit der Estranke richtig die beiden sind nicht böse die sind einfach nur Chaoten nicht mehr wie du äh nicht mehr alles in Ordnung Tracer ne das Chaoskind ist meine beste Freundin mach dich für mich keine Sorgen sag es mir falls sich das ändert hast die Bugpfeifen 10 ach der geht mir gleich vor wir sind hier fertig Käpt'n Amari wo befindet sich der nächste Zugangspunkt auf dem Vorplatz direkt vor ihm Käpt'n Amari ich markiere es auf ihrem Desten ob sie allein auch zusätzlich ja Geht genau die Ihre momentane Position riedet kaum hin. Rechnen Sie mit Feindkontakt von allen Seiten. Yay, alle Seiten, wup wup. Was für dich gucken schon hier hin. Ich krieg dem sein Schild nicht down. Ich krieg die Kacke noch ein. So, jetzt aber. Wir gehen jetzt erst in die Kathedrale, alle gemeinsam. Oh mein Gott. Na ja, ist ein hohes Schaden. Wow. So, jetzt aber. Dein Ernst ey, du Vieh. Was? Wem meinst du denn? Das Vieh, was mich eben versucht hat zu töten. Die Chancen-Sektor-Truppenverbände, die sich in ihrer Richtung bewegen. Jetzt mal die Wand klatschen. Die Vendicator-Gesichtes, komm auf! Was für hier nicht alleine? Ich doch nicht. Die Wand fest! Was kann schon wieder hin. Die Wand und die Wand. Was? ja dem anflug hoffen wir dass die geschütze wirklich offline sind das habe ich gebaut natürlich funktioniert das ich kümmer mich jetzt einfach hier um die um das tor in die ecke nein Nein. Schmeiß mal die Rüstung hierher. Ja echt mal, wenn wir auf die Rüstung gehen. Spam der Rüstung-Button. Hat ich das schon. Schmeiß mal die Rüstung. Ich bin der Schleißer. Ja komm. Ich bin der Schleißer. Ich bin der Schleißer. Ich bin der Schleißer. Guck mal auf der rechten Seite. Oh der hat keinen Schleiß mehr. Da war ich eben. Und dann hast du den Schleißer gewissen. Immer fest, den los. Ich bin der Schleißer. Oh sie ist kaputt. Oha. Ich bin der da. Oh nein. Einfach ein bisschen die Ehrgeist. Kann ich den klein. Sieht aus als wären wir etwas festgefahren. Oh f***. Hau es jetzt. Zerbricht den Ehrgeist. Verteidigt die Fracht. Die ist jeden Moment stark. Da hast du vertraut. Oh das ist der Weg. Oh nein. Das habe ich mir jetzt auch aufgehoben. Nur für den Ehrgeist. Heilung oder Rückrein. Heilung oder Rückrein. Das kucken wir halt auch mal nice. Ja ich schweiß die ganze Zeit zu nehmen. Let's turn vorsichtig. Nice. Nice. Sehr gut. Haut die Potteln. Haut den Däschchen. Haut den Däschchen. Haut den Däschchen. Ach scheiße. Ja. Jep. Sehr gut. Was für die Tür. Das Flaschen anstürmen ist wahrscheinlich die beste Idee. Anstürmen ist immer gut. Ja weil er dann auch wirklich weg ist. Oh scheiße. Wow. Rechte Seite. Ich bin dabei. Höchste Pott. Ich war noch 14% bis ich erleben. Der Revival Kampf. Drei Prozent. Bis jetzt. Kann ich irgendwie nicht beweisen. Was ist das? Wenn ich kapiere wenn ich werde. Vorher weg. Nordpott. Wo ist das? Irgendwommen damit. Ich will schon wieder folgen. Das war Bastion. Da kann er nichts dafür. Oh was. Jetzt noch kurz vor Leben. Wir machen jetzt beide Damage. Deswegen seid es so gut. Mach ich. Danke. Danke. Durch. Ich weiß gar nicht. Ich hätte gewissen. Ja. Am besten wirfst du immer direkt auf uns drauf. Weil sonst. Oder wirfst du den Weg nach vorne. Wenn einer an so 1 HP Schaden. Weißt du. In der Mitte gleich wieder eine neue Rüstung auf. Das wird auch gescheuert. Ja schon da. Ich muss mal irgendwie eine Aufteilung machen. Weil hinten. Ich bekasse mal ein bisschen hinten der Autotack. Ich bekasse mal ein bisschen mehr Autotack. Shit. So. Jetzt werde ich down. Vorheilung. Das ist wohl. Ich Wonderful. Jetzt werde ich jetzt auch bedenken. Du hättst der Rot die Beste. Dann nehmst du halt nur den Moment. Das ist halt so ganz gut. Du hast nur die Beste. Wettest du dann. Du hast nur das. Du hast, du hast nur die Falle in das. Du hast. ist das nicht kommen? das hat ja die Guri fragt, wir machen die Bände weg hab den gekriegt? nice ist das schon schlecht? nein alles gut das ist ja sehr schön, okay jetzt aber dann steht los oder so alter ja 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 klar das oder mercy macht schnell ach das ist ich hab kein IC äh reicht das aber jetzt? ist noch weg lauf einfach weg nein jetzt oh mein gott du bist ein Lebensgratter meine Fresse aber der Frachtkippe ist gut äh Reinhard ich hab dich die ganze Zeit geheilt ich kann doch nicht machen mach 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 achso du machst schon okay was? noch ein Bastion? wo? wo? irgendwo, ich hab ihn gehört er kommt von irgendwo ja ich auch hab ich auch gehört da ist er Reiser hinter uns ich kann euch in der nächsten Zeit nicht schreiben da ist er weg ne er ist hier er ist hier er ist hier er ist hier oh f*** mich ey ich hab doch ah er ist da ruhig gestorben und vorsichtig er ist hier ah, sehr gut dankeschön alter wie knapp ist das warum? ähh jetzt knappe scheiße da ist das kein Problem mehr auf der rechten Seite den Bash nicht vergessen den hat das erste Deck mal so, okay? ne, da bin ich schon dabei wuuuuh haben wir ihn? mehr noch nicht los, los schaltet an den Nulls hängt der Boots da drin aus gehst du tot jetzt mal oooh f*** dich ey trinkt da was für ein Spiel mit ich glaub schlecht, dass das was verrecken könnte hier da ist noch ein Bass drin ja oh mein Gott das ist ein Bass schon mal zufrieden ne also ja das ist einer die die auch das ist eine Nogg Das ist weg. Revive den nicht, ich kann das. Okay, gut. Okay, alles klar. Ich wollte nur warten, bis hier einer gestorben wird. Komm uns zurück, wir brauchen einen Schild hier. Ja, das ist kunsch. Genau, ich brauche einen Sanitäter. Leck mich, ein Arsch. Tracer. Ich kann gerade nicht viel machen. Du musst ein bisschen Damage verarmen, da würde ich meinen Alkohol wieder bekommen. Nein. Doch, doch, ich hab dich, ich hab dich. Oh Mann. Komm mit. Ich hatte dich verarmen. Nein. Mach das Schild von dem Typen kaputt. Nein. Du musst nur ein bisschen Damage verarmen. Ich bin weg, ich bin weg. Nein. Nein, Reinhard, nein. Shit. Haben wir verloren, wenn einer stirbt? Ne. Was? Oh, Scheiße, ey. Das ist ja richtig müß. Ich hab einfach, warte. 216 Kills. Ja, man hat da richtig viele Kills. Ich hab schon 30 gedötet. Das lief echt gar nicht, ey. Scheiße. Jorge. Dann an mich seitdem. Ich hab. Deines Georgia.